Darf ich fragen, wie hoch deine durchschnittlichen Gewinne im Verhältnis zu deinen durchschnittlichen Verlusten sind in der FTMO-Statistik? Ja, ich kann einfach mal nachgucken, wenn du willst. Dürfte dieses Risk-to-Reward, man kann ja bei FTMO direkt, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, Andreas, man kann bei FTMO direkt selber ein Risk-to-Reward an. Das soll vielleicht bei mir irgendwo bei 2 oder so sein. 2 oder 3, schätze ich mal. Ich kann aber mal gucken, wenn es das hier geladen hat. Ich sage es dir gleich, okay? Dann seid ihr neu laden, hier liegt gerade bei mir nix bei FTMO. Ah, ne, okay, ich sehe gerade hier, aktuell gerade bei mir beim FTMO-Konto habe ich einen durchschnittlichen Risk-to-Reward von 6,3. Das liegt allerdings daran, ich hatte letzte Woche Profit-Split gehabt und seitdem quasi noch nicht so viele Trades umgesetzt. Ich glaube, ich habe bisher, glaube ich, bis zwei Verlust-Trades oder so seitdem, aber den Rest halt Gewinne-Trades. Und die Verlust-Trades waren, glaube ich, sogar, eins war ein wirklicher Verlust-Trade und einer war, glaube ich, ein irgendwie so Break-Even-Rum-Trade oder sowas. Deswegen, mir zeigt es halt hier ein Risk-to-Reward von 6,3 an letztendlich. Aber, ja, ich glaube, damit, wie gesagt, ich habe es erst, wir können vielleicht, ich kann nochmal dir nächste oder in zwei, drei Wochen nochmal vielleicht davon berichten, wenn du magst, Andreas. Weil, wie gesagt, ich habe das jetzt, ich hatte letzten Mittwoch oder Donnerstag, glaube ich sogar, hatte ich ein Profit-Split. Ich zeige es dort auch einen Profit-Faktor an. Ja, gerade eben habe ich den bei 53,53 habe ich den gerade hier drin. Aber wie gesagt, ich habe erst seit letzter Woche wieder den neuen Account von da. Das ist alles, die Statistiken kann man sich, die Statistiken kann man sich sonst wo jetzt hinhalten, sage ich mal. Weil ich habe irgendwie nur 0,5 wegen den ganzen Break-Even-Trades, obwohl ich gut im Plus bin. Ja, ich sage mal, Andreas, auch mal eine Randbemerkung vielleicht nochmal, oder für alle nochmal hier im Team, okay, Randbemerkung nochmal zu solchen Sachen wie diese ganzen Daten von wegen Profit-Faktor, Risk-Tur-Reward-Sachen, Win-Raten, solche Sachen, okay, man darf die bitte nicht überbewerten letztendlich. Zum Beispiel in meinem Privati-Push hat es ja letztes Mal gepostet, auch irgendwo, oder irgendwann mal, nicht irgendwo, irgendwann. Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel, vielleicht eine Win-Rate in meinem Privat-Depot bei XTB übers ganze Jahr verteilt, glaube ich, von... Übrigens, all die Trades in diesem Video habe ich live per Stream gemacht. Wenn du mir auch dabei zuschauen willst, check mal die Videobeschreibung ab. Weiß was, 73,6 oder 74,6 oder so das Prozent, ne, von daher, und was sagt das jetzt letztendlich aus? Jetzt können wir denken, oh, boah, krass, übes crazy, oder? So 74 Prozent Win-Rate, davon waren aber auch ganz viele Break-Even-Trades. Würde ich bei mir quasi auf jeden einzelnen Trade wahrscheinlich mit einrechnen und dann ein durchschnittliches Risk-to-Reward oder so ausrechnen, da habe ich, glaube ich, letztes Jahr 1,3 gehabt. Und da waren aber ganz viele Break-Even-Trades drin. Jetzt hast du auch viele Break-Even-Trades, bist du bei 0,5, das ist halt quasi total, die, ich sage mal, in meinen Augen sind solche Daten eher irrelevant letztendlich, ne. Also zumindest ich persönlich halte jetzt nicht so viel davon, weil ich sage mal, je nachdem, über welchen Zeitraum du was betrachtest, ist das auch quasi alles total verzerrt, in meinen Augen, ne. Also, ja, weiß auch nicht. Ich achte da jetzt nicht so viel drauf, man kann natürlich da ganz gut immer mal irgendwo auch sich da mal auf die Schulter klopfen, ist auch klar, wenn man coole Daten hat, aber die sagen eigentlich nichts aus. Zum Beispiel FTMO selbst, die haben ja jetzt auch hier vor kurzem so ein, wie heißt das, Consistency-Faktor oder sowas eingeführt. Aber ich kann ja nicht scrollen, was haben wir jetzt hier, ne, genau, Consistency-Score haben die eingeführt. Da habe ich zum Beispiel 72% gerade eben, ne. Ist für mich aber trotzdem total aussagelos letztendlich. die Idee ist hinter diesem Consistency-Score zum Beispiel, was FTMO jetzt gemacht hat, bloß das alle wissen mal, die wollen quasi damit, dass du quasi eine eigene Information nochmal hast, okay, wie konstant ist dein Handelsziel letztendlich, ne. Und da tun die, glaube ich, irgendwie ein Verhältnis wieder machen zwischen Drawdown und Gewinntag oder irgend so was in die Richtung war das, glaube ich. und ist für mich aber trotzdem total egal, und wenn jetzt mein Consistency-Score, da sagst du zum Beispiel in meiner, in der letzten Phase, bevor ich jetzt diesen Payout wieder hatte letzte Woche, war mein Consistency-Score irgendwo bei 55% oder sowas, ne, wo du denkst, hier 55 von 100%, der totale Gorge, ne, was handelst du, Christian, aber total Schnuppe für mich letztendlich, ne. Mir oder meine Einstellung ist, wenn wir irgendwo über das Handeln reden, Daten sind schön und gut, tatsächlich, ne. Gerade vor allem bei Backtests ist sowas natürlich irgendwo auch wichtig, wenn man ganz blanko nennt Chart plus irgendwie Backteste, das ist okay, ja, ne, aber ansonsten, wenn man wirklich aktiv handelt, geht es wirklich einfach nur bloß darum, machst du Gewinn oder Verlust, ne, und solange du Gewinn machst, ist mir alles andere unterm Strich eher egal. Wenn du natürlich, okay, wenn du natürlich jetzt so einen Trading-Stil hast, da gibt es natürlich auch ein paar Grenzen, okay, ne, dass jetzt keiner eine falsche Einstellung da bekommt, wenn du natürlich einen Trading-Stil hast, dass du nach zwei Punkten Gewinn, Profit, Gewinn mitnimmst und dann aber auch im Ernstfall quasi das Ding 100 Punkte gegen dich laufen lässt im Verlust, falls es nicht direkt mal zwei Punkte ins Plus läuft, das ist natürlich trotzdem, das ist total schlecht, okay, ne, das ist natürlich trotzdem doof, Leute, aber ansonsten, solange mal ein Stück für Stück und ich tue ja ganz gern immer mal irgendwo so ein paar Performance-Sachen und sowas zeigen, deswegen, solange eine Performance-Kurve langsam aber sicher nach oben läuft, sind die Daten komplett egal und ob du dafür jetzt 100 Trades brauchst oder 20 Trades ist für mich total irrelevant, ob du eine Win-Rate von 30% hast oder 80%, ist mir total egal, das, was natürlich sein muss, ist, dass der Profitfaktor ein Plus ist, das ist eines das Wichtige natürlich, aber ansonsten als anderes total Stuppe in meinen Augen, von daher, das darf man nicht überbewerten alles, deswegen auch, wenn du sagst, du hast jetzt bei FTMO zum Beispiel einen Rest-to-Rort im Durchschnitt von nur 0,5, ist total egal, mach dir da jetzt keine Platte drüber, Andrea, solange dein Depot Stück für Stück da am Wachsen ist, zum Beispiel, ist alles im grünen Bereich und du bist ein guter Trader, fertig, okay, das bloß noch mal so am Rand, deswegen macht euch, die ganzen Daten sind eine schöne Sache tatsächlich, aber tut sie nicht zu sehr, nicht zu genau alles nehmen, okay, dann macht man sich zu viel Stress, ich habe da früher mir zu viel Stress gemacht für sowas, macht das lieber nicht, brauchen wir nicht.